Ich habe auch ein anderes Auto. War da noch gemühen Zeit? Ja, 4 Sekunden, klar. Bei mir 20. Ja, bei mir du wehr! Voll unfair! Das du viel mehr Zeit bekommst zum Auslehnen. Und ich muss dann so eine No-Low-Karre nehmen. Krass, wo die Looping da war, war auch noch voll die Speed-Karre. Oh, jetzt geht's hier hoch! Oh, jetzt geht's hier hoch! Oh, scheiße, ich brauche mir Anlauf. Scheiße, ich brauche mir Anlauf. Oh, du bist noch trocken. Ja. Kann ich stehen bleiben? Nee. Das kann lange dauern, ne? Scheiße. Oh, jetzt kommt die Rampe, ne? Oh! Verpiss dich, ich fahr die Rampe vorbei. Kein Bock. Meine Presse! Meine Presse! Und ich komm da nicht mal drauf! Ist dat'n Scheiß! Danke fürs Umbring-Spiel. Meine Presse! Jetzt geh'n auf die Eier! Ja, ja! Aber ja, ich schaue. Ich weiß, ich brauche mich nicht drauf. So einfach, so einfach, so einfach. Nein, guck mal, mein Auto ist zu langsam dafür! Ja! Ja, ich versuche noch da drauf zu kommen. Das ist ein Präsensier-Zumraum, was euch zu sparen lässt. Ey Leute! Ich glaube, mein Auto ist echt zu lahm. Ey Leute! Ich glaube, mein Auto ist echt zu lahm. Ey Leute! Ey Leute! Ich komm da nicht drauf! Ich komm da nicht drauf! Ich hab' ne Idee. Wie das gehen könnte. Ich glaub, wir müssen nach vorne drücken. Kann doch. Ey! 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 Na dann nicht drauf! Ich hab' ne weiß auch nicht drauf! Scheiße, ja nicht drauf! Das wird nichts Was soll ich denn machen? Das geht einfach nicht Das geht einfach nicht Das geht einfach nicht Ja klar Ich muss den Chat größer machen glaube ich Ja klar Der echte Mann Okay Hey Leute Es wird einfach nichts Ich habe zu wenig Anlauf Guter Witz Was Ja Was denn Hä Was Der echte Guck mal mein Auto ist so langsam Das geht nicht ich kann nichts machen Hä was meinst du denn mit der echte Guck mal hier Guck mal hier Hier das geht einfach nicht Guck mal Und das geht andauernd nicht Ich habe jetzt auch keinen Bock Oh ich warte jetzt auf dich Oh hier Könnt ihr euch bei dir zugucken Meine Fresse Ich habe keinen Bock mehr Soll ich auf die Lüte der ausmachen Hä Hä Warte kurz Warte kurz Eier und Renn 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 Das ist meiner, ne? Oh, das kann alles gut aus. Der Anlauf reicht nicht. Alter! Da fehlt so ein Mika, ne? So zwei, drei Kampfen. Wie ist das? Ja, Schrottauto. Früher war der voll modern. Nein! Alter, die scheiß Kurbel ist das hier, wo man etwas auspärt. Sag ich, der scheiß Eimer. Alter, das ist wirklich schrott. Entlackt. Sven würde jetzt sagen, du raucht gleich ab. Ja. Er kauft ab. Er hat schon nie gehört. Nie gehört. Ja, ja, ja! Nein! Nein! Jetzt. Alter! Er hat uns verzögert! Er hat uns verzögert! Er hat uns verzögert! Ja, ich hätte gern einfach eine Verbindung, also ein richtiges Programm davon. um das richtige überstehend streamen probel du mal weiter, probel du mal weiter, probel du mal weiter ey das ist doch meine Fresse wieso darf ich nicht das Auto jetzt mal wechseln? Nee, ich hab keinen Bock. Ich soll bei dir zugucken. Ich hab keinen Bock. Bleib doch schnell, du Anzuhund! Nee, jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Schill doch auf mein Bett. Nee, anders, so. Ja, ja, nein! Nein! So, mal gucken, ob du es schaffst. Nee, da sieht man den Bildschirm nicht. Das sieht man sogar besser. Ich glaub, du müsstest dein Bildschirm, weil meine Kamera so scheiße ist. Mein Handy könnte das locker filmen. Aber meine Scheiß... Nein! Nein! Scheiß Hurensohn. Also, du bist so wie diese Professionell-Youtuber, ne? Die so ihren Fernseher suchen. Fehlt nur noch, dass ich das mit der Hand halte. Dass es aus so einem wackelt. Bleib doch! Bleib doch oben! Bleib doch oben! Ja, 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 ja. Alter! Das ist ein alter Versiefer. Ja, 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 ja. Das ist ein alter Versiefer. Ja, 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 ja. Nein! Das ist ein alter Versiefer. Ich weiß, das ist ein alter Versiefer. Also, immer wieder. Ja, ja! Hallo! Nein! Ich hab's gepackt! Aber jetzt mal im Ernst, das ist zugeschrieben, oder? Hä? Nein! Nein! Ich hab dort Apfel aufhauen! Ja! 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 Ich hab's gepackt! Ja! Ja! Beende einfach! Ich hab's doch gepackt! Beende einfach ein gutes! Respekt! Ich dachte, wer ist selber wacht, oder? Wer ist selber wacht, oder? Ja! Ich hab's doch einfach nicht gepackt! Ich hab's doch einfach nicht gepackt! Und Leute, oh! Und Leute, oh! Und Leute, oh! Das koppeln zurück! Da geht das voll knapp, oder? Voll eng! Voll eng! Oh! Oh! 12. Oh! Neck mich! 1014 Dollar! Alles klar! Oh! Oh! Perfekt! Der stellt ja keine Nix dafür, wenn man so eine Kommung hochkommt. Aber raus, ne? Ja, ja. Du hast gerade eben was ausgebildet. Und das nächste Rennen.